Wir haben die 1324 hier haben wir eine schöne Minibar der Dressor ein paar Schülchen alles was das jetzt begehrt unsere Badehandücher liegen gleich im Zimmer ein schönes großes Doppelbett auch ein Fläschchen Wein haben wir auch schon bekommen können wir noch ein Schäppchen trinken ein Flexcreen eine Nachricht vom Hotel Direktor und ein bisschen was zu laschen hier haben wir die schöne Bart schön groß und Matthias freut sich weil es eine Badebahn hat Matthias bade für sein Leben gerne aber hier kann man auch schön duschen passt alles liebe Grüße ich bin der Hubert wenn ihr Fragen habt unten auf gefällt mir drücken es kommen noch weitere Videos von Vespa Le Poney und von den Gregg Hotels und den Robinson besuchen wir auch noch vielen Dank eine gute schöne Zeit